Hallo! Beginnen wir heute mit einem kleinen Experiment. Stell dir vor, du hast einen Luftballon. Was passiert, wenn du diesen Luftballon an einer Stelle kräftig zusammendrückst? Du wirst beobachten, dass der Ballon sich an der Stelle ausdehnt, an der du nicht drückst. Die Luft weicht also in mögliche Bereiche aus, die sich ausdehnen können. Ähnlich wie die Luft im Ballon verhalten sich auch Stoffe im chemischen Gleichgewicht. Dazu beschäftigen wir uns heute mit dem Prinzip des kleinsten Zwangs, welches auch das Prinzip von Le Chatelier genannt wird. Was genau damit gemeint ist, wollen wir uns jetzt einmal genauer ansehen. Zuerst wollen wir aber noch einmal wiederholen, was eigentlich ein chemisches Gleichgewicht ist. Wenn Substanzen eine chemische Reaktion miteinander eingehen und diese Reaktion... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com